Es gibt auch das intrikate Verhältnis des maso-sadistischen Liaisons-Dogereux-Geschlechterverhältnisses wieder, nämlich dieses Mondenphasenwechselspiel von Zugänglichkeit und dann wieder Zugzug. Der Pforten oder Vorzug der vorderen Bühnenvorhänge, je nach Phasenstand, der Attrahierungsaufgaben oder des sich wieder zurückziehens oder abschließen müssen in die Keminate der Besinnung oder des Ausbrütens. Das heißt, ob denjenigen, die die Begehrensattrahierungspflicht, Subsidiarien, Ablieferungsgaben zu liefern haben, Zugang gewährt wird zu den vorderen Tempelkammern oder nicht. Ob sie dafür einen Obolus oder ganze Talentwagen-Fuhren mitzubringen haben, oder ob man sich mit einem verschmitzten Lächeln herablassender Dominanz begnügt. Und jedenfalls ist es ebenfalls von dieser Ordnung, dass es zu dem Punkt kommt, ich will davon nichts mehr wissen, Denn nach dem großen Aufzug des Vorhangs und Abspielen der drei bis fünf Akte des Spektakels erfolgt unweigerlich die Verabschiedung von dem Publikum mit Zuzug der Vorhänge, Löschen der Lichter und Abschließen der Theatertüren. Ende des Spektakels. Das Spektakel ist tot. Es lebe das neue Spektakel.